Herzlich willkommen zum 99 Damage Newsflash, Freunde des gepflegten NoScopes. Mein Name ist immernoch Muxer und wir schauen uns heute die neuesten News rund um CSGO an. Heute haben wir unter anderem den fliegenden Simple und Mouseboards, die es in die Playoffs geschafft haben. Ja, bei der E-League wollen wir auch direkt anfangen, denn da war jetzt der Last Chance Qualifier und letztendlich sind Virtus.pro und Mouseboards also weitergekommen in die Playoffs der E-League. Also wunderschön, ja, Mouseboards, raus aus der Gruppenphase sozusagen, auch wenn es erst über den Last Chance Qualifier war. Mouseboards musste sich da letztendlich im alles entscheidenden Spiel gegen den Face Clan durchsetzen, haben zuerst auf Train verloren mit 16 zu 9, dann sauberes 16-3 auf das 2 hingelegt und letztendlich in der Overtime auf Cash auch noch erfolgreich gewesen. Also kann man natürlich sagen, hier gegen Face denke ich mal ein Gegner, den auch ganz gut gelegen ist und Mouseboards somit absolut verdient in den Playoffs. Jetzt sind wir mal gespannt, wie weit sie letztendlich kommen. Als erstes müssen sie auf jeden Fall gegen Astralis ran. Eine neue Liga wurde diese Woche auch noch angekündigt und zwar die Mountain Dew League und das ist eine ziemlich interessante Geschichte. Und zwar haben sich die ESL bzw. die ESEA in Zusammenarbeit mit Mountain Dew zusammen geschlossen und letztendlich jetzt eine Liga gegründet, die mehr oder weniger für Nachwuchsteams da ist, um sich halt einmal auf einer großen Bühne zu präsentieren. Das Ganze mit einem sehr, sehr interessanten System, was letztendlich dann über ein Rating gehen wird, dann mehr oder weniger auch so ein Matchmaking, das es da geben wird. Und ich bin wirklich gespannt, was dabei rauskommt. Gerade eben auch für neue Teams, die sich halt mal zeigen wollen, die jetzt einfach die große, die wirklich große Bühne bekommen mit diesen Veranstaltern, mit diesen Teilnehmern. Also auf jeden Fall was, was den Nachwuchs sozusagen fördern soll oder den Tier 3, Tier 4 Teams dann auch mal in der Bühne geben soll. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, spricht absolut nichts dagegen. Sehr, sehr gute Idee von Mountain Dew vor allem dann auch noch. Äh, es fehlen eigentlich nur noch die Doritos. Auch die 99 Damage Liga neigt sich langsam am Ende zu. Und letztendlich haben sich also Euronics, die Blue Jays, Panta Sports und Pleniki Dynamics für die Playoffs qualifiziert und werden jetzt dann da das Preisgeld ausspielen. Das Ganze dann Anfang August. Also ist noch ein kleines bisschen hin, aber die erste Division ist soweit auf jeden Fall beendet. Und auch die anderen, die Starter-Divisionen, beziehungsweise die unteren, die zweite, die dritte und die vierte kommen langsam aber sicher oder neigen sich langsam aber sicher dem Ende zu. Und Wirsing Gaming hat es geschafft, sich für die vierte Division zu qualifizieren. Wenn auch mit drei Defuents, aber wir sind dabei. So, und jetzt denke ich mal, kommen wir einfach zum Kracher der Woche sozusagen. Und zwar Valve, beziehungsweise Steam, die jetzt sozusagen Glücksspielseiten mehr oder weniger verboten haben, beziehungsweise den Zugriff auf ihre Steam-API verboten haben. Was natürlich bedeutet, dass diese Seiten mit ihren Bots nicht mehr richtig arbeiten können, dass sie die Inventare nicht mehr abrufen können und so weiter und so fort, dass man sich da nicht mehr über die Steam-API einloggen kann. Was jetzt im Endeffekt einfach nur heißt, zumindest jetzt für die erste Zeit, ob es da irgendwie quasi den Workaround für die Gambling-Seiten gibt oder nicht, ist wieder eine andere Frage, also ob sie vielleicht anders damit umgehen können. Aber die Seiten an sich müssen jetzt im Prinzip aufhören oder können, so wie sie momentan existieren, nicht weiter existieren. Ja, das heißt also, mehr oder weniger Steam hat die Gambling-Seiten verboten. So, und das gab natürlich einen Riesenaufschreiter. Ja, es gibt verschiedene Streamer, da muss ich jetzt unter anderem, oder will ich jetzt momentan einfach keinen Namen nennen. Wie gesagt, ich denke mal, die meisten von euch wissen, wen ich da meine. Einen der größten Streamer sozusagen, der auch so in CSGO unterwegs ist. Und der hat ja eigentlich nichts anderes gemacht, außer den ganzen Tag zu gambeln. Und im Zuge dieses Verbots sozusagen, dieser Prohibition, sind halt jetzt auch noch rausgekommen, dass der ein oder andere Streamer auch mit diesen Gambling-Seiten unter einer Decke steckt und da sozusagen auch seine Viewer halt teilweise einfach abgezogen hatte, weil er dann natürlich wusste, okay, wenn ich jetzt hier und hier setze, habe ich die und die Chance oder ich muss da und da reingehen, dass ich dann diesen Pot auch wirklich gewinnen kann. Also, ich meine, man hätte schon drauf kommen können, dass es wahrscheinlich so gelaufen ist. Aber im Endeffekt ist da jetzt wirklich riesen viel Mist rausgekommen und einige Streamer haben da auch einen riesengroßen Imageschaden abbekommen. Ich bin gespannt, was sich daraus noch entwickelt, aber ich finde es ganz ehrlich einen sehr, sehr drastischen Schritt von Steam. Also, vielleicht hätte man vorher irgendwie versuchen können, das Ganze erstmal zu regulieren. Also, es gleich einfach komplett zu verbieten. Aber letztendlich, also das, was getan werden musste, das war auf jeden Fall klar und dass sich bald vielleicht für so einen drastischen Schritt entscheidet, war eventuell sogar auch abzusehen. Und zu guter Letzt haben wir noch eine kleine News, mehr oder weniger auch im Zuge des Updates jetzt reingekommen. Es wurden ja wieder der ein oder andere Sound angepasst von SMG. Da ist Walfjahr momentan dabei, das wieder zu überarbeiten, aber das könnt ihr im Spiel selbst dann auch hören. Und zwar hat der gute alte Simple jetzt auch noch einen Cash-Graffiti bekommen, denn er hat es ja geschafft, in der Halbfinalpartie tatsächlich diesen Double-No-Scope, den einen im Fallen und den anderen dann über eine superlange Distanz gegen Olaf Meister, glaube ich, war es. Ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher, oder gegen Krims. Auf jeden Fall im wichtigen Halbfinalspiel rauszuhauen, in einer sehr entscheidenden Runde auch. Und dementsprechend wurde er jetzt auch auf Cash verewigt. Wir haben auch ein Video gemacht zu den ganzen Spieler-Graffitis, die es überhaupt so in Karussell gibt. Wenn ihr also da noch weiter interessiert seid, ich werde es euch unten in der Infobox verlinken. Und dann könnt ihr da einfach nochmal reinschauen und euch das dann reinziehen, was es denn noch so für Graffitis auf den unterschiedlichen Maps gibt. Gut, das war es dann auch schon wieder für diese Woche vom Newsflash. Ich hoffe natürlich, wie immer, euch hat es gefallen. Wenn es so war, dann lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Channel, damit ihr keinen Newsflash mehr verpasst. Wir sehen uns dann morgen zum Wechselkarussell wieder. Bleibt sauber bis dahin und bis dann.